Der US-Geheimdienst CIA wird umstrukturiert. Ziel der Reform ist es, besser gegen Cyberbedrohungen vorgehen zu können. Dazu soll ein neues Direktorat für digitale Innovationen geschaffen werden. CIA-Chef Jono Brennan gab die Umstrukturierung in einem internen Schreiben bekannt. Digitale Technologien würden immer wichtiger, stellten aber zugleich eine Gefahr für die Arbeit der CIA dar. Der Dienst müsse so aufgestellt sein, dass er die digitale Revolution zu seinem Vorteil nutze Schiebrennen. Außerdem sollen in zehn neuen Einsatzzentren Experten aus allen Direktoraten zusammengezogen werden, um sich mit spezifischen Themen, wie etwa Waffenschmuggel, zu befassen. Eines der Probleme der CIA sind internen Rivalitäten, die dazu führen, dass die Direktorate Informationen oft nicht untereinander austauschen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017